Ein Ford Galaxy ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Van ist fünftürig, bietet Platz für sieben Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 21.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 163 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.